Hallo Max, na, alles klar bei dir? Hallo Kevin, ja, mir geht's gut. Darf ich jetzt das Video mit dir machen? Das hast du ja versprochen. Ja, ich wollte dir gerade sagen, dass du auf meinen Account darfst, auch wenn es mir Schmer fällt, aber es ist ja wegen dem letzten Video. Oh ja, wie geil! Ja, aber lass mich ausreden, Max, du hast nur 15 Minuten Zeit, auf meinem Account Sachen zu machen, aber gib bitte nicht Geld aus, okay? Okay, mach ich. Und Max, ich merke mir ganz genau, wie viele Gems, Münzen und so weiter ich auf meinem Account drauf hatte. Ich sehe das, wenn du irgendwie was auf meinem Account machst, okay? Geht klar, Kevin, das können wir so machen. Na gut, Max, dann viel Spaß. Ich bin in 15 Minuten wieder da. Danke, Kevin, bis gleich! So, Freunde, wir sind jetzt wieder auf dem Account von Kevin. Er hat gesagt, ich habe 15 Minuten Zeit, der ist jetzt gerade weggegangen. Ich muss auf die Uhrzeit gucken, ich kann ihn nicht so gut lesen, ich bin nämlich erst 9. Aber egal, wir gucken jetzt mal, er hat hier so... Was hat er denn hier schon wieder gemacht? Er hat jetzt auch wieder irgendwie Pokale gespielt. Erstmal müssen wir sie einen Namen umändern, glaube ich mal. So, wir nennen ihn jetzt einfach mal... Ähm... Ich will mal gucken, was hier für so Emoji... Wie heißt das nochmal, Schmeilies gibt? Hm, warte mal, Kevin ist ja ein Ei. Das sagen ja immer alle. Ich glaube, ich mache Ei und Zwiebel. Weil Zwiebeln stinken so sehr. Sie mag ich gar nicht. Oder was ist das? Hier, Ei, Zwiebel, Ei, Zwiebel, Ei, Zwiebel. So, und dann speichern. Und nochmal. Und nochmal. Ei, Zwiebel, Ei, Zwiebel, Ei, Zwiebel, Ei, Zwiebel. So, das ist jetzt aber... Oh, das ist ein guter Name. Den wird Kevin bestimmt mögen. So, bis... Bis... Ticken. So, und jetzt machen wir noch sein... Sein Profilbild nochmal ein bisschen anders. Wir machen es zum Mortis. Den mag der auch nicht. Hallo Freunde, ich bin's nochmal. Kevin hat gesagt, wenn ich das Video mache, muss ich aber auch noch vom Merch erzählen. Und zwar kommt der am 4.9. raus auf damage.de. Ist streng limitiert auf 1000 Stück. Ihr müsst also echt schnell sein, wenn ihr davon noch etwas haben wollt. Es gibt T-Shirt und Hoodie-Pakete. Dazu eine Handsignierte Autogrammkarte und drei zufällige Merch-Beilagen. Zum Beispiel eine Wasserflasche oder so. Also ja, das gibt's dann auf damage.de. Tja, das ist doch schon mal ganz gut. Hm, jetzt gucken wir mal seine Baller an. Sein höchster immer noch Sprout. Der hat dann noch nicht geputzt irgendwie, den Baller. Hm. Ich glaub, wir machen sonst noch einen Club-Nachricht. Das kann man auch immer machen. Ich schreib einfach rein. Ich bin ein Ei. Ich bin ein Ei. Dann wissen doch mal alle aus dem Club, dass Kevin das Ei ist. So, aber ich hab jetzt noch insgesamt, ich glaub, ein paar Minuten Zeit. Wir machen, glaub ich, noch. Aber warte mal, eine Sache können wir noch machen. Was hat der denn jetzt hier für Freunde gerade? Oh, ist das, ist das Lukas Boy Stars? Das ist der Bruder von Finn. Es löst den einfach. Es ist auf den gelöst, den Lukas Boy Stars. Okay, das, das ist schon mal gut. Hm, ich hab aber jetzt eine ganz gute Idee. Wir sind jetzt nämlich auf dem viel besseren Account. Und jetzt machen wir nämlich folgendes. Ich werde nämlich jetzt nur Geld bei mir ausgeben. Der Kevin hat gesagt, ich darf kein Geld ausgeben. Und deswegen machen wir das jetzt hier auf mein Account. Und geben Greta Kurt Lukas ein. Weil, hier kriegt er das nämlich nicht mit. Hihi. Jetzt haben wir hier nochmal 2000 Gems drauf. Boah, schaut euch mal den Skin an, Freunde. Der kostet 300. Den haben wir jetzt gekauft. Der ist für einen Groh. Das ist der erste legendäre Baller, den ich gezogen habe. Und da haben wir jetzt so einen Skin für. Wie geil ist das denn? Okay, warte. Oh, den Tara kaufen wir auch noch. Der ist auch geil. Der ist so ein Spion-Tara. Ah, nee, Banditen. So, jetzt machen wir noch eine Megabox. Auf jeden Fall auf. Das ist immer so. Das macht man immer. Das ist normal. Noch eine aufmachen. Ich will irgendwas auf jeden Fall ziehen. Ich weiß gar nicht, was ich hier das letzte Mal gezogen habe. Auf meinen Accounts. Das war, glaube ich, der Sandi. So, was kann ich denn überhaupt noch ziehen? Habe ich noch irgendwelche Baller, die ich ziehen kann? Oh, nur noch die legendären Baller. Hm, ich will mal so ein paar Verbesserungen machen. So, ich habe jetzt ein Fahrt von meinen Ballern abgegatet, weil mehr hat es jetzt nicht geschafft. Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Ich probiere jetzt nämlich noch hier so ein paar, hm, wie heißen die Sachen? Diese Sachen für die Baller noch zu ziehen, die man noch ziehen kann. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß, manche Sachen weiß ich einfach noch nicht so genau. Ah, warte mal. Jetzt haben wir sechs. Und wir haben einen Star Power. So einen Handschuh. Hm, ich weiß nicht. Kevin sagt immer diese Sachen. Die freut ihn nicht, wenn er die im Opening zieht. Ich würde sagen, eine holen wir da noch. Und dann müssen wir uns schnell gucken, weil es hat nicht so viel, so viel Zeit habe ich leider nicht. Oh, wir haben das Küsse hier fest zur Klo gezogen. Ja, das ist gut. Wie heißt das? Extra toxisch. Das ist auch, boah, das ist ja so geil. Jetzt habe ich da sogar so ein Symbol. Oh, Moment. Ich glaube, die Zeit ist jetzt fast abgelaufen. Na, Kevin kommt jetzt wieder. Wir müssen auch schnell auf sein Account eben gehen. So, und jetzt können wir auf den Kevin warten. Jetzt kommt er gleich. Ah, da bist du ja wieder. So, Max, die 15 Minuten sind um. Was hast du denn jetzt alles auf meinem Account gemacht? Ja, guck dir sonst den Account doch einfach mal an. Ich guck zu, ja? Okay, dann guck mir mal meinen Account an. Ja, gut, Max. So viel hast du ja jetzt dann nicht gemacht. Also, ist nochmal in Ordnung. Ja, stimmt. Max, wieso wurde so viel Geld von meinem Paypal-Konto abgebucht? It's a prank, Kevin. Ich habe nur Geld von mir ausgegeben und nicht bei dir. Max, dafür kriegst du zwei Tage Hausarrest. Nein! It's going to be a tough act to follow. And you better believe it. Just take a bite and see. That it's going to be too much to swallow. You better believe it. Yeah, I got one more trick. But you're going to be a tough act to follow. To follow. You better believe it. You better believe it.